Was hast denn du die letzten drei Jahre gemacht? Ich sehe überhaupt keine Entwicklung. Schaffe deine eigene Realität. Erfinde dich neu. Industrie 4.0. Die musste kaum noch manuell bedienen. Die arbeitet quasi allein. Echt? Das ist ja interessant. Und dann hat Nele gesagt, dass Nadine gesagt hat, dass Paula meinte, dass ich dick in den Klamotten aussehe. Also was Persönliches. Oh Herr Meier, heute mal nicht mit Ihrer Frau hier? Was kann ich Ihnen denn anbieten? Zwei Woppermenüs wie immer oder heute vielleicht doch lieber ein Kidsmenü dazu? Und jetzt stand die tatsächlich letzte Nacht vor meiner Tür. Und leider... Tja, Großmarkt Hannover. Verwärmweite. Und jetzt? Herzlich Willkommen. Sind Sie das erste Mal beim Großmarkt Hannover? Oh, wie schön. Dann helfe ich Ihnen gern. Klingt kompliziert, oder? Heißt aber eigentlich nur, hier fördere ich meine Lern- und Feedbackkultur und setze die Ergebnisse in meinem eigenen beruflichen Umfeld auch um. Ich kann das auch nicht mehr so genau sehen. So geht das alles schon mal gar nicht. Ich zeige euch mal, wie es funktioniert. Ich drücke dir die heutigen Aufträge aus. Danke Chef. Die Mitarbeiter in der Transformation wirklich mit Sicherheit zu begleiten. Das Thema der Weiterbildung habt ihr zu einem ganz starken gemacht. Dieses Engagement unterstreicht unsere Rolle als Vorreiter im Bereich Umweltschutz. Die ist schon klar, dass es nicht Teil der Ausbildung ist, oder? Hey Tim, was quatschst du denn? Ich dachte, du bist längst fertig. Jederzeit steht sauberes Wasser in scheinbar unbegrenzter Menge ganz selbstverständlich zur Verfügung. Der Abwasserverband erfasst das Abwasser von 290.000 Einwohnern, der Stadt Braunschweig und einigen Gemeinden des Wassers. Was viele aber nicht wissen, ist, dass die Reinigung des Abwassers einen sehr hohen technischen Aufwand erfordert. In kürzester Zeit wird geliefert, registriert und Ihnen auf Ihrem Bestellschein das benötigte Medikament ausgehändigt. Maßanfertigungen für Bandagen, Kompressionsstrümpfe und mehr bekommen Sie bei uns natürlich auch. Beraten, Herstellen, Versorgen. Bei uns freut man sich, Sie als Kunden zu begrüßen.